Bei uns ist nun, wie am Anfang schon angekündigt, der CDU-Außenpolitiker und Oberst AD Roderich Kiesewetter. Hallo. Hallo Frau Jung, grüße Sie. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie setzen sich schon lange für mehr Unterstützung für die Ukraine ein. Sie haben jetzt vor dem NATO-Außenministertreffen auch dazu aufgerufen, die Ukraine-Hilfen deutlich auszuweiten. Wir haben im Beitrag gerade gehört, dass Deutschland also in einer Haushaltskrise ist. Das wussten wir auch schon vorher, massiv Probleme hat, Geld eben für diverse Projekte aufzubringen. Doch der Topf, das haben wir im Beitrag gelernt, für die Ukraine, der bleibt unangetastet. Und Sie sagen, Sie wollen die Hilfen sogar noch ausweiten. Da kann man doch jetzt aber nicht von geringer Unterstützung von Seiten Deutschlands sprechen, oder? Nun, ein Großteil unserer Unterstützung, Frau Jung, fast 65 Prozent, ist die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland. Und gerade mal 15 Prozent unserer Unterstützung ist militärische Unterstützung. Das sind noch nicht mal vier Milliarden Euro an Waffen, die geliefert wurden. Und dazu vorrangig Flugabwehrsysteme zum Schutz der Städte, aber nur sehr wenig für die kämpfende Truppe vor Ort. Sie haben es ja selbst angesprochen. Vier Raketenwerfer, 14 Panzerhaubitzen, 18 Kampfpanzer und 80 Marder auf einer Länge von Flensburg bis Mailand. Und ähnlich sind die Unterstützungen unserer Nachbarstaaten. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine, liegt das vorrangig an der sozialen Unterstützung der Flüchtlinge in Deutschland. Und je mehr Flüchtlinge kommen, umso größer unsere Unterstützung. Gut ist aber, dass der Verteidigungsminister sehr klar deutlich macht, dass es hier nicht um einen Krieg Russland gegen die Ukraine geht, sondern dass wir alle gefordert sind. Deswegen hat er auch deutlich gemacht, dass die Bundeswehr kriegsfähig werden muss, falls, oder kriegstauglich, falls der Krieg sich ausweitet, was absehbar ist, wenn die Ukraine zerfallen sollte. Sie haben den Verteidigungsminister gerade angesprochen. Der hat sich geäußert heute zu diversen Themen. Wir haben auch eben gerade etwas schon davon angesprochen. Eine Sache möchte ich auch gerne aufgreifen. Also wir haben über diesen Bildartikel schon eben mit den beiden Korrespondenten gesprochen. Diese sogenannten Geheimpläne von Biden und Scholz. Und dort in diesem Artikel wurden auch sie zitiert mit folgendem Satz. Man liefert bewusst nicht das, was die Ukraine zur Befreiung von besetztem Territorium braucht, wie Taurus oder weitere Kampfpanzer Leopard 2, sondern beschränkt sich auf die Verteidigung einer Rumpf-Ukraine. Wenn Sie sagen bewusst, damit unterstellen Sie ja auch der Bundesregierung einen konkreten Plan, was wiederum der Verteidigungsminister abwegigen Unsinn nennt. Ich unterstelle das nicht nur, ich kann es auch belegen. Entscheidend ist, dass in der Bundesregierung Uneinigkeit herrscht. Der Verteidigungsminister sagt, ähnlich wie die Außenministerin, dass die Ukraine gewinnen muss. Der Bundeskanzler sagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Aber Russland darf auch nicht gewinnen. Das ruft nach Waffenstillstandslinie. Und wir hören und sehen sehenden Auges, wie Russland Versorgungslinien auf die Krim baut. Über 80 Prozent der russischen Militärunterstützung läuft nun mal über die Krim. Und wenn man die Krim von den Versorgungslinien abschneiden würde, müssten die russischen Truppen über kurz oder lang dort aufgeben. Und die einzigen westlichen Waffensysteme, die dies könnten, wären die Taurus, weil sie eine Reichweite haben, die an die russischen Eisenbahnlinien, aber auch an die Kerzbrücke kommen. Und das Verteidigungsministerium war dafür. Liberale, Grüne sind dafür. Das Außenministerium möchte es, aber das Kanzleramt verhindert ist. Und das ist genau das, was sie eben auch ansprachen. Die Amerikaner erwarten den Punkt mehr, den Elmar Thewissen ansprach. Oder auch, was Herr Scherding vorhin im Netz sagte. Wir sind uns über die Kriegsziele nicht im Klaren. Und ich glaube, wir müssen sehr deutlich machen, Russland muss verlieren lernen. Das heißt, das Existenzrecht der Nachbarn anerkennen. Keiner will Russland militärisch schlagen. Aber sie müssen das Existenzrecht der Nachbarn anerkennen. Und die Ukraine muss ihre Grenzen von 1991 wiederherstellen. Sonst wird das russische Vorgehen zur Blaupause bei Serbien gegenüber Kosovo, Iran, Irak. Oder das große Bild der Allianz von China, Russland, Nordkorea, Iran. Das ist nämlich, dass Taiwan dann von China einverleibt wird. Also die Stärke des Westens, die Ukraine in ihren Grenzen von 91 zu erhalten, wird auch daran gemessen, ob es uns gelingt oder ob das Recht der Stärkeren sich durchsetzt gegen die Stärke des Rechts. Dazu passt eine Frage bei uns im Stream, die ich gesehen habe. Und da heißt es, die Frage ist doch, was ist Sieg in diesem Konflikt? Dass Russland aus der Ukraine einschließlich Krim vertrieben wird, sich Putin öffentlich entschuldigt und Reparationszahlungen fließen. Was glauben Sie? Nun, in jedem Fall geht es darum, dass die Ukraine ihre Grenzen von 91 wiederherstellen kann. Dazu gehört die Krim und dazu gehört der Donbass. Selenskyj war ja bereit zu verhandeln vor den furchtbaren Kriegsverbrechen. Bis in den März hinein hat er angeboten, auf die Krim zu verzichten, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Hat um Reparationen gebeten, aber eben auch um EU-Mitgliedschaft. Und mit den furchtbaren Kriegsverbrechen und der Aussage Russlands, wir haben die Zeit, ihr habt die Uhr und eure Uhr läuft ab, war klar, dass Russland gar nicht verhandeln will. Und Russland hat ja im Vorfeld des Krieges deutlich gemacht, dass es ihnen darum geht, die alte Sowjetunion zu restaurieren, indem die baltischen Staaten kein Recht haben, in der NATO und in der EU zu sein. Und dass die Ukraine, wie weiß Russland, Belarus, kein Existenzrecht außerhalb der Russländischen Föderation haben. Diese Ziele hat Russland nicht aufgegeben. Und deshalb ist ein Sieg der Ukraine ein Sieg des Rechts. Und es geht eben darum, dass dann wir auch in Kauf nehmen, dass das russische System sich neu orientiert. Klar, und wenn die Krim fällt, ist Putins Schicksal im Grunde besiegelt. Wir haben ja gesehen, wie er auf Druck reagiert. Als Prigozhin auf dem Marsch nach Moskau war, dann hat er einen Verhandler eingeschaltet, Lukaschenko. Und dann hat Prigozhin sein Vorgehen deutlich reduziert, aber auch sein Leben verloren. Also Putin muss unter Druck geraten. Und das geschieht, wenn die russischen Truppen auf der Krim aufgeben müssen. Keiner will sie umbringen. Gehen wir nochmal ganz konkret auf die Waffenlieferungen, auf die Situation an der Front ein. Ich habe es angesprochen, der Verteidigungsminister, der hat sich heute auch zu dem Thema Taurus-Lieferungen aus Deutschland auf eine Journalistenfrage geäußert, die auch Sie immer wieder fordern. Wir hören mal kurz zusammen rein. Es gibt keine dem Taurus-Marschflugkörper ähnlichen Marschflugkörper, die von anderen geliefert worden sind. Weder die amerikanische Ettercam mit einer Reichweite von 165 Kilometern, noch Stormshedder, noch das französische Modell haben eine auch nur annähernd vergleichbare Reichweite wie die Taurus. Zum Zweiten hat es mir gegenüber in der Ukraine keine offizielle Anfrage nach Taurus-Lieferungen gegeben in dem Gespräch, was ich geführt habe. Weil die Kollegen auf der ukrainischen Seite wissen, dass die Position der Bundesregierung nach wie vor die ist, die ich Ihnen geschildert habe. Es gibt keinen neuen Sachstand. Kleine Korrektur. Die Antwort hat er gegeben bei der Regierungsbefragung. War keine Journalistenfrage. Aber wir haben es gerade gehört. Also Pistorius sagte, wir wären die Ersten und Einzigen, die Waffen mit so einer Reichweite liefern. Und er sagte vor allem auch, es gäbe keine offizielle Anfrage der Ukraine nach Taurus. Wieso sind Sie dann der Meinung, dass also Taurus dort so dringend gebraucht würde? Das ist ja nicht richtig, was gerade berichtet wurde. Er ist nicht gefragt worden, aber es gibt offizielle Anfragen an das Bundeskanzleramt Taurus zu liefern und die wurden abschlägig beschieden. Warum soll sich ein Verteidigungsminister in der Ukraine oder ein Selenskyj eine Abfuhr holen, wenn er weiß, dass der Bundeskanzler es ablehnt? Und er hat ja auch gesagt, offiziell wurde nicht darüber gesprochen. Wir wissen alle, dass inoffiziell natürlich informell über solche Fragen gesprochen wird. Und ich weiß auch, dass der Verteidigungsminister ein sehr großer Befürworter einer solchen Lieferung wäre. Aber das Kanzleramt möchte es nicht. Und er hat ja auch herausgestellt, warum. Dieses System hat eine Reichweite, die ein bisschen weniger als doppelt so weit ist wie die Verwandten Storm Shadow und Sculpt. Die haben alle dieselbe Firma, die die herstellt. Und diese Firma hat diese drei Typen ausgeliefert. Die Bundesrepublik bestand darauf, Reichweiten mit etwa 500 Kilometer zu bekommen, weil wir keine eigene Luftüberlegenheit haben. Franzosen und Briten haben stärkere Luftwaffen als wir. Und wir haben deshalb Abstandswaffen gewählt. Und jetzt ist das Fatale, dass die Bundesrepublik Deutschland, die als Einzige über so ein System außerhalb der Amerikaner verfügen, dieses System der Ukraine verweigern. Und wir sehenden Auges die russischen Versorgungslieferungen sehen. Und wir wären die Einzigen, die da helfen können. Und das ist ja das Bittere. Und ich spüre aus den Worten des Verteidigungsministers auch eher die Verbitterung, dass wir das nicht liefern können. Und wir haben es. Ein Ausweg wäre es beispielsweise, den Briten und Franzosen zur Verfügung zu stellen, dass sie es dann liefern. Oder den Amerikanern. Oder dass die Produktion noch einmal angeworfen wird. Aber das Entscheidende ist, dass wir unterlassene Hilfeleistung erbringen. Und diesen Vorwurf muss sich das Bundeskanzleramt wirklich gefallen lassen. Weil hier das unnötig Menschenleben kostet, unnötig die Ukraine um Dinge bettelt, die selbstverständlich sind, nämlich alles zu tun. Und da merkt man eben auch, dass der deutsche Spruch aus dem Kanzleramt, wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig ist. Und wir unterstützen sie in ihrer Verteidigung. Nicht bedeutet, dass es um die Wiederherstellung der Grenzen von 91 geht. Und auch nicht bedeutet, dass die Ukraine gewinnen soll. Hier ist die Regierung uneinig und wird durch die Richtlinienkompetenz des Kanzlers gelähmt. Würden Sie dann so weit gehen, weil diese Frage habe ich hier gerade von einem User, Userin Oberberg gelesen, weil eben nicht F-16 oder Taurus zum Beispiel geliefert würden. Will die NATO nicht, dass Ukraine gewinnt und alles endlich beendet wird? Und wenn ja, warum? Nun, das Entscheidende ist ja, dass wir uns über die Kriegsziele einigen. Und das lösen nicht einzelne Waffensysteme, sondern es sind drei wesentliche Punkte. Erstens, dass die Versprechen, die gemacht werden, auch eingehalten werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat sehr viel versprochen, aber die meisten Lieferungen kommen erst Ende nächstes Jahr. Das ist wahrscheinlich viel zu spät. Zweitens, dass die Ukraine eine Perspektive in EU und NATO hat. Und dass nicht argumentiert wird, wie man das aus Teilen der deutschen Regierung hört, dass eine Einladung in die NATO eine Eskalation für Putin bedeuten würde. Putin eskaliert ja die ganze Zeit, gerade wo wir so wenig liefern. Also die Perspektive in NATO und EU. Und das Dritte ist, dass sehr ehrlich unsere Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht wird. Was der Verteidigungsminister mit einem sehr klugen Schachzug begonnen hat. Wir müssen unsere Bevölkerung ehrlich aufklären. Wenn die Ukraine fällt, kommen 10 bis 15 Millionen weitere Menschen nach Europa, nach Mitteleuropa. Sie verlassen das osteuropäische Land. Und davon werden drei bis vier Millionen nach Deutschland kommen. Das ist viel teurer. Wir haben ja über die Zahlen gesprochen. 60 Prozent Sozialleistung in der deutschen Unterstützung der Ukraine. Viel teurer, als jetzt mit einem erheblichen militärischen Aufwand die Ukraine zu befähigen, dass sie wenigstens nicht die Fehler wiederholen muss, die wir sie ins letzte Jahr gebracht haben. Und in diesem Jahr zu wenig Munition, zu wenig Kampfpanzer, zu wenig Schützenpanzer und Artillerie. Sie braucht deutlich mehr. Das hat Salushni deutlich gemacht und auch Kuleba. Aber diese drei Punkte sind zu erfüllen. Die klare Perspektive, alle Waffen, die nötig sind und vor allen Dingen die Vorbereitung unserer Bevölkerung, dass wir nicht aus der Westentasche und nebenbei im Sommerurlaub so einen Krieg aushalten werden. Dass Lieferungen zu spät kamen, das haben wir auch schon mal erlebt. Schauen wir mal gemeinsam auf einen Zeitraffer des Frontverlaufs seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Hier kann man jetzt sehen, wie quasi zunächst russische Truppen in orange hier gekennzeichnet auf dem Vormarsch waren, zurückgedrängt worden sind. Und man sieht also, da ist viel Bewegung drin. Am Anfang natürlich ganz viel und da jetzt besonders erst im Osten und im Süden. Und dann stagniert es jetzt. Das haben wir auch gesehen. Also am Anfang ganz viel Bewegung, dann eben immer weniger. Wir haben es also auch am Anfang der Sendung ja schon angesprochen. Größere Gebietsgewinne sind, Geländegewinne sind gar nicht mehr gemacht worden. Ist es denn überhaupt realistisch, mit jetzt auch all dem, was Sie gesagt haben, was man dafür bräuchte, aber ist es realistisch, Russland in absehbarer Zeit zurückdrängen zu können? Nun, die Ukraine hat seit Kriegsbeginn, nachdem die großen Eroberungen Russlands waren, mehr als 50 Prozent des besetzten Gebietes wieder befreit. Und das haben sie mit mangelnder Unterstützung aus dem Westen geleistet. Und wenn wir jetzt mehr tun als nur, wir unterstützen so lange, wie es nötig ist, sondern mit so viel wie möglich, so rasch wie möglich, auch unserer Bevölkerung deutlich machen, dass das eine Rückversicherung ist für uns selbst, dann hat die Ukraine jede Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Und das sollten wir auch deutlich machen und anerkennen, was die Ukraine hier bisher geleistet hat. Wir sollten ihr auch vertrauen. Und wir müssen auch an einen Faktor denken, dass Hunderttausende männliche Ukrainer im wehrfähigen Alter ihr Land verlassen haben. Hier gilt es auch zu appellieren, dass sie mithelfen, dass nicht die Menschen an der Front verbluten, sondern dass sie entlastet werden, dass frisch ausgebildetes Personal an der Front unterstützt. Allein in Deutschland leben über 200.000 wehrfähige junge ukrainische Männer oder junge wehrfähige zwischen 16 und 60. Hier geht es also auch darum, dass wir mithelfen, dass diese in ihr Heimatland zurückkehren und dort beispielsweise bei Feuerwehr helfen, im Katastrophenschutz. Sie müssen ja nicht an die Front, aber sie müssen mithelfen, dass die ukrainische Gesellschaft das Ganze übersteht. Wir können es nicht aus der Westentasche leisten und wir müssen auch deutlich machen, dass es mit einer bestimmten Haltung zu verbinden, nämlich der Wehrfähigkeit und Wehrhaftigkeit. Ich komme gerade aus USA und aus Kanada, wo mir sehr deutlich klargemacht wurde, die Amerikaner wollen mehr tun, sie erwarten aber mehr Entlastung der Europäer. Es ist ein Krieg auf europäischem Boden. Und die Amerikaner werden nach wie vor unterstützen, wenn sie ihre Grenzfrage im Süden, also eine Mauer nach Mexiko gelöst haben. Aber es geht darum, auch Trump zu verhindern. Und wir haben es in der Hand. Und es wäre furchtbar, wenn in einem Jahr nach den US-Wahlen gesagt würde, Trump sagt, das ist ein europäischer Krieg, ihr habt nur ein Drittel von dem geleistet, was die Amerikaner geleistet haben. Ich entziehe euch die Unterstützung und auch den nuklearen Schutzschirm. Wir haben es in der Hand, auch unsere Sicherheit mit einer starken Unterstützung der Ukraine zu verbessern und glaubwürdige transatlantische Lastenteilung vorzuleben. Zum Schluss möchte ich gerne noch eine Frage aus dem Stream an Sie stellen. Sie kommt von Oliver Sassendorf. Und er fragt sich, früher oder später wird es zu Verhandlungen kommen? Warum denn nicht schon jetzt? Oder braucht der Westen noch ein paar hundert Hektar mehr, um in einer besseren Verhandlungsposition zu sein? Dieser User glaubt also an die Verhandlungen. Was würden Sie dem antworten? Der Herr Sassendorf berührt ja einen Punkt, der die deutsche Bevölkerung im weiten Maße betrifft, weil auch zu wenig erklärt wird. Die Ukraine wollte immer und immer wieder verhandeln. Und Russland hat deutlich gemacht, dass sie die ganze Ukraine wollen und ja auch auf dem Weg dorthin waren. Putin möchte nicht verhandeln, weil er nicht verhandeln braucht. Es geht ihm einfach darum, Terror, Angst und Schrecken zu verbreiten und vor allen Dingen zu zeigen, dass er in einer Win-Win-Situation ist. Wenn die Ukraine fällt, gehen Millionen von Menschen raus. Dann werden die Europawahlen zu einem echten Problem werden, innenpolitisch. Und Verhandlungen, dazu gehören zwei. Über was soll denn die Ukraine verhandeln? Über die Rückgabe von 20.000 entführten Kindern, die mit neuem Geburtsdatum und neuem Namen zur Adoption freigegeben wurden. Über tausende vergewaltigte Frauen, über hunderte kastrierte Männer, über ermordete Schulklassen, über ermordete Schwangere. Über was sollen sie verhandeln? Und vor allen Dingen, welche Sicherheitsgarantien bekommen sie, dass Russland nicht weiter angreift? Deshalb, da Russland seine Kriegsziele nicht aufgegeben hat, muss die Botschaft ganz klar lauten, die Ukraine verhandelt, wenn sie ihr Gebiet befreit hat. Und es geht darum, dass es Sicherheitsgarantien gibt, dass Russland das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten anerkennt. Das müssen die Verhandlungspunkte sein und der Abzug der russischen Nuklearwaffen aus Kaliningrad, die unsere Friedensbewegung überhaupt nicht stört. Die russischen Truppen ins Transnistrien und Georgien. Wir müssen das große Paket schnüren, weil Russland uns sonst in einen großen Krieg einwickelt. Sagt CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Er sagt, wir haben es in der Hand. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.